So, wir haben das Level geschafft. Wir machen natürlich gleich weiter mit dem nächsten Level. Eine Menge Koopas-Scheinbrunner. Die Agarra-Höhe. Oh, das dauert doch mal mit den Eiern. Ich bin eben von dem, wo entweder in eine... Ich weiß gar nicht mehr. Komm, komm! Ich hätte schon gehört, woanders. Ah, okay. Das ist ein bisschen besser und seltsames Geräusch. Ah, das ist so komische Pound sogar. Verdammt! Sterbt. So. Dank dem Pau-Block haben wir jetzt alle Latitudes vernichtet. Ja, aber ich möchte die Wolke hier oben haben. Äh, Sterne. Was ist der Rest der Sterne? Drei Sterne bloß? Da gibt's zwei noch mal. Okay. Ähm, ja. Drei Sterne. Okay. Ähm, ja. So. Weiter geht's. Hier hoch zu. Oh, ich weiß noch, dass man nicht gefressen wird. Was ist das? Biss ja auch nicht. Biss ja, dass man ja nicht sein kann. Oh, ich weiß noch nicht. Neh, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, oder? Na, ich weiß noch nicht. Lass mich etwas Gäste für dich. Hier haben wir einfach. Ich hab und mich gebilden. Verschwinden doch nicht. Ja, was weiß ich. Gut, das war jetzt schlecht. Aber egal, ich mag solche Flutterflug-Hörpassagen überhaupt nicht. Wenn der Knopf nicht richtig funktioniert. Sehr schön, jetzt haben wir keine Blume. Und dann nochmal wieder. Nein, kommt nicht. Ja, entweder Blume oder One-Up. Ich habe natürlich das Leben genommen. Oh Gott. Kann ich nur empfehlen. Hier geht es rein. So, und da haben wir doch gleich den Schlüssel. Wir müssen aufpassen, dass der Schlüssel... Wir müssen aufpassen. So, das dann hier vom Abgrund ist, wenn wir mit abschießen. Dann sind sie dann so weg. Ja, ich bin hier heute leicht beschäftigt. Deswegen erzähle ich schon gar nicht so viel. Und ich glaube, es kommt genau ein Bundes-Spiel. Ballon-Duell. Yeah. Jetzt wird es schon ein bisschen schwerer. Man muss fünf Knöpfe drücken. Und... Und... Wenn man weiß, wie Tasten und Super Nintendo sind, dann dürfte man das eigentlich auch. Und vor allen Dingen, wenn sie funktionieren. So wie jetzt gerade. Dann soll das eigentlich kein Problem sein. Vielleicht müssen wir trotzdem mal einen neuen Controller holen. Was wird denn das jetzt sein? So. Jetzt wird es langsam kritisch. Ah, ich habe schon gedrückt. Ich hatte schon gedrückt. Verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt, verdammt. Was soll es? Viel Power nicht verpasst. Boah, diese Welt müsste ich runter. Aber versuchen wir einfach jetzt, äh... was wir auf dem citoyen nicht verpasst. Verdammt. Irgendwas haben wir getroffen. Ja, wir hören wir jetzt mal nichts mehr. Da sind auch nur Münzen drinne. Ja, manche Stellen sind wirklich ein wenig kritisch, wenn man hier wirklich alles finden will. Das ist riskant, weil wenn man den Bezug auf Nintendo jetzt... Ah, das hat gereicht. Wie blöd ist das? Ja, wir versuchen natürlich alles zu finden, was uns im Weg steht. Oho, naja, was soll's. Klappt eben nicht irgendwo. Wirkende Blume hab' ich vergessen. Verdammt, wieder kämpft wohl das Level. Ja, mit neulichstunde Verbesten überleg ich mir jetzt ein anderes Spiel noch zu nehmen. Assassin's Creed hab' ich gestern mal probiert. So, Telefon hat geklingelt. Ähm... Ja, jetzt kommt wieder ein Plattform-Level. Ja, spielen's mal kurz an. Aber das Video ist ja auch weit zu Ende. Und, ja, dann erzähl ich euch erstmal, was bei mir die nächsten Tore so abgeht, jetzt so. Blablabla... Ich find' das Level irgendwie cool. Ich find' das Level irgendwie cool. Ich weiß nicht. Ist zwar auch schwer, weil man dann am Ende hier mehrere Plattformen hoch springen muss. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich muss doch mit dem Balance. Ja, dann versuchen wir den Balance zu steigen. Ja, Video ist gleich zu Ende. Ey! Naja, was soll's. So, nächstes Mal geht's weiter mit Yoshi's Island und dem Balance.